Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Haben Sie schon alles vorbereitet? Den Braten im Ofen, die weiße Decke auf dem Tisch und das Silberbesteck poliert? Falls Sie dachten, 12. Juni, netter Sommertag heute, nichts Besonderes, kann man ja auch mal einen Online-Gottesdienst anschauen, dann darf ich Sie überraschen. Die Kirche feiert heute ein Fest. Trinitatis, das Fest der heiligen Dreifaltigkeit. Trinitatis ist aber kein Fest wie die anderen. An Weihnachten feiern wir die Geschichte, wie Gott ein Gesicht, Hände und Füße bekommt. An Ostern feiern wir die Geschichte, wie Gott in unseren tiefsten Schmerzen neue Hoffnung schafft. An Trinitatis feiern wir Dogmen. Wir feiern theologische Sätze. Kirchenpolitiker haben sich auf die nach Jahrhunderten Streit unter Zähneknirschen und Blutvergießen geeinigt. Und manchmal sind das so harte Kompromisse gewesen, dass die Herren Kirchenväter noch nicht einmal sagen konnten, was sie denn jetzt wirklich denken, sondern bloß, was sie nicht glauben. Deshalb ehrlich, ich bin ganz froh, dass wir als ChristInnen noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen sind und wir bloß erklären müssen, wieso an Weihnachten Gott in einer Krippe liegt und wir an Ostern Folterinstrumente und leere Gräber für feiernswert halten. Stellen Sie sich doch mal vor, Trinitatis wäre unser höchstes Fest geworden. Wir müssten jedes Jahr zwischen Schoko-Dreifaltigkeiten in Supermärkten und blinkenden Trinitatis-Dreiecksymbolen in den Fußgängerzonen Menschen plausibel machen, wie Gott jetzt drei und eins zugleich ist. Dann wären Christen nicht mehr nur bekannt als leichtgläubig und ein bisschen zurückgeblieben, sondern vor allem als ziemlich schlecht in Mathe. Mit der Trinität sagen wir, Gott ist eine Einheit, aber drei Personen. Gott ist einer, aber er ist auch drei. Weder sind es nur drei Arten, wie sich das eine zeigt, noch sind es drei unterschiedliche Götter. Und wenn Sie das, so wie ich, nicht so ganz leicht zu begreifen finden, dann sind Sie in bester Gesellschaft. Auch schon unser Freund Martin Luther meinte, wenn du versuchst, die Trinität zu leugnen, gefährdest du dein Heil. Aber wenn du versuchst, die Trinität zu verstehen, gefährdest du deine Zurechnungsfähigkeit. Was also sollen wir dann mit der Trinität anfangen? Eine Vermutung ist, vielleicht geht es bei der Trinität gar nicht darum, dass ich verstehe, wer und wie Gott jetzt so ganz genau ist. Vielleicht sogar genau das Gegenteil. Vielleicht brauche ich die Trinität, damit ich checke, dass ich Gott eben nicht verstehe. Ich glaube, Trinität ist eine Metapher, eine Metapher des Nichtverstehens. Vielleicht brauchen wir das Bild der Trinität, um überhaupt angemessen von Gott zu sprechen. Gott ist Geheimnis. Wir können ihn nicht in eine Formel packen, schön logisch, dass jeder auch immer direkt begreift, worum es geht. Vielleicht brauchen wir die Trinität, damit unsere Hauptaufgabe eben nicht ist, Gott in Worte zu fassen, sondern Worte an Gott zu fassen. Zumindest ist das, was Paulus macht, wenn er mit seiner Theologie am Ende ist und das hört sich dann so an. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat das Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Diese Anbetung schreibt Paulus, nachdem er mit seiner Theologie am Ende ist. Elf Kapitel lang hat er um den Wesenskern des Christentums gerungen. Und jetzt ist Paulus klar, Gott hat zu allen Menschen eine Beziehung, nicht nur zu einem einzigen Volk. Aber kaum hat Paulus das ausgesprochen, da merkt er, was ist denn nun mit meinen eigenen Leuten? Werden die auch ohne Christus gerettet? Und Paulus ringt jetzt, er denkt, er hofft und dann ist er am Ende. Verzweifelt legt er seine Schreibfeder beiseite und betet eben diese Worte. Oh, welch eine Tiefe. Unbegreiflich, unerforschlich. Zuerst hat sich dieser Text für mich so angehört, als ob Paulus ganz billig einknickt. So nach dem Motto, okay, verstehen tue ich nicht, was Gott macht. Aber ganz ehrlich, wer bin ich denn auch, der die Weisheit Gottes durchdringen könnte? Wer bin ich schon, dass ich Gottes Entscheidungen in Frage stellen könnte? Gott ist so groß, dem kann ich mich nur unterwerfen und blind gehorchen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich stößt so ein Gott ab. So ein autoritäres Gottesbild, ein überlegener Regent, der blinden Gehorsam fordert. Ich bin so weise, so voraussehend, unterwirf dich mir. Bei wie unerforschlich sind seine Wege, da stelle ich mir vor, stell bloß nicht in Frage, was ich tue. Ich weiß es besser und du hast das gefälligst anzuerkennen. Und ich glaube, diese meine Angst, das ist der Grund, wieso ich die Trinität brauche. Ein Despot regiert alleine, erhaben als unerforschlicher weiser Mann auf einem Thron, ohne Checks and Balances. Früher dachte ich, Jesus, der ist nett, der ist auf meiner Seite, aber Gott, von dem weiß ich nur, dass er Opfer braucht, damit er mich gut findet. Das ist aber nicht unser Dreieiner-Gott. Der christliche Gott ist kein Autokrat. Der christliche Gott ist in seinem Wesen Bewegung, Vielfalt und Fluss. Eine der bekanntesten Darstellungen der Trinität ist die Dreifaltigkeits-Ikone von Andrei Rubeljov. Meiner Meinung nach eine der gelungensten. Weil Gott nicht direkt gemalt werden soll, hat Rubeljov die drei Gäste gemalt, die Abraham besuchen und die in der Geschichte oft mit der Trinität gleichgesetzt wurden. Schauen Sie sich die Ikone mal an. Drei Figuren. Alle haben genau dasselbe Gesicht. Es gibt keinen Chef, der höher steht als die anderen. Im Gegenteil, es ist so gezeichnet, dass sich alle drei Personen zugleich ansehen. Jede mit einem Auge auf die anderen beiden. Die Köpfe sind so zugeneigt, dass man nicht zuerst eine der Figuren ansieht. Man sieht sie immer alle zugleich an. Es gibt sie nur als drei. Kein entweder Patriarch oder gar kein Gott, sondern drei Figuren, die sich einander immer unterordnen, immer in Bewegung sind. Ein Fluss der Liebe, der nie zum Stillstand kommt. Und wenn wir eine der Figuren fragen, wer Gott ist, dann zeigen sie immer auf die anderen beiden. Gott als Mann auf einem Sessel zu malen, ist deshalb nicht nur patriarchal. Es ist falsch. Der christliche Gott ist ein Wesen in drei Personen. Das heißt, der, der für uns unerforschlich und unergründlich ist. Das ist niemand anders als Jesus Christus. Beides ist immer derselbe. Der unergründliche ist derselbe, der in einem sterblichen Körper schlüpft, nach Schweiß riecht, der gemobbt wird, der Ausgestoßen in ihr Gesicht schaut und der einem Verbrecher sagt, dir ist vergeben. Der unergründliche ist ein und derselbe, der, den wir nicht ganz verstehen, aber der als heiliger Geist in uns lebt und der mein Herz höher schlagen lässt, wenn wir uns Brot und Wein reichen und uns zusagen, Friede sei mit dir. Vielleicht also ist das Dogma von der Trinität am Ende doch gar nicht so trocken und theoretisch. Vielleicht brauchen wir dieses komplexe Geheimnis, damit wir Gott in keine Boxen packen und auf keine Throne setzen und damit wir selbst in Bewegung gebracht werden von dem göttlichen Tanz, wie Richard Rohr die Trinität nennt. Gott, ein passionierter Tanz, der uns mit in seine Liebe hineinzieht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020